Willkommen zu der Finalrunde des Volksbank Hoppe Cups. Es geht direkt los mit der ersten Halbfinalpartie zwischen Basinghausen und Stadthagen. Der FC Stadthagen, die spielbestimmende Mannschaft in den ersten zehn Minuten mit den besseren Ideen und vor allem mit den besseren Torchancen, von denen jedoch zunächst keine verwertet werden konnte. Und das sollte sich rächen, liebe Zuschauer, denn in der zwölften Minute schlug der TSV Basinghausen wie aus dem Nichts zu Pascal Martin mit dem Führungstreffer 1 zu 0. Wenige Augenblicke vor Schluss hatten die noch mal eine hundertprozentige Gelegenheit, um den Sack letztendlich zuzumachen. Aber Dominik Twelle vergibt aus kürzester Distanz. Basinghausen gewinnt trotzdem und steht im Finale. Der Gegner des TSV wurde in der zweiten Halbfinalpartie bestimmt. ASC Blauweiß Schwalbe Tündern traf auf die Spielvereinigung Bad Bümont. Ein perfekter Start für die Schwalben, die vierte Minute. Florian Fischer packt den Hammer aus. Ein sensationeller Treffer zum 1 zu 0. Aber die Antwort der Kurstädter ließ nicht allzu lang auf sich warten. Nur eine Zeigerumdrehung später bekommt Yannick Denker den Ball. Er fackelt nicht lang und versenkt die Kugel im gegnerischen Netz zum 1 zu 1. Die Pyrmonter waren nun am Drücker. Steffen Lesemann lässt hier eine vielversprechende Doppelchance liegen. Die Spielvereinigung blieb fokussiert. Kevin Schumacher bekommt den Ball und dann dieser Kanonenschlag, der zweimal an den Pfosten geht. Pech für die Pyrmonter. Noch anderthalb Minuten auf der Uhr. Konter der Tünderaner Ugo Aydin mit einem Zuckerpäschen auf Tim Pjontek. Und der sorgt hier für den Siegtreffer. Kurz vor Schluss 2 zu 1. Tündern besiegt Bad Pyrmont und steht damit im Finale. Beim 9-Meter-Schießen um den 7. Platz besiegte Germania Hagen die TSG Emmertal. Das 9-Meter-Schießen um den 5. Platz konnte Eldachsen für sich entscheiden. Der Gegner hieß dabei SG Hameln 74. Weiter geht's mit dem Spiel um Platz 3 zwischen Stadthagen und Bad Pyrmont und das hatte es wirklich in sich. Kevin Schumacher eröffnet diese torreiche Partie mit dem Treffer zum 1 zu 0. Ibrahim Kodir sorgt kurze Zeit später für den Ausgleich auf der anderen Seite 1 zu 1. Und der Mann mit der Nummer 10 war auch für den zweiten Treffer des FC Stadthagen verantwortlich 2 zu 1. Ein offener Schlagabtausch, ein unterhaltsames Match. Steffen Lesemann mit einem beeindruckenden Solo und dem Ausgleich 2 zu 2. Das war noch längst nicht alles liebe Zuschauer. Joscha Obst bringt Stadthagen erneut in Führung mit diesem sehenswerten Tor 3 zu 2. Aber auch darauf fanden die Kurstädter die passende Antwort Benedikt Tagemann 3 zu 3. Noch knapp zwei Minuten auf der Uhr und da geht die Spielvereinigung in Führung. Jannik Denker ist diesmal der Torschütze. Die Reaktion des FC Stadthagen lässt jedoch nicht allzu lang auf sich warten. Joscha Obst markiert hier den Schlusspunkt 4 zu 4. Das Ganze musste also im 9m Schießen entschieden werden. Hier konnte sich der FC ganz knapp durchsetzen. Das Endergebnis 8 zu 7. Stadthagen steht damit auf dem dritten Platz. Und dann gab es eine Neuauflage des letztjährigen Finales. Das Endspiel zwischen Basinghausen und Tündern. Wir steigen ein in der achten Minute. Davor neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend. Ugo Aydin, spitzer Winkel. Doch das ist ihm egal. Die Führung für Tündern. 0 zu 1. Ecke für Basinghausen. Zwei Minuten später Alexander Wissel mit dem Ausgleich 1 zu 1. Und Basinghausen wirkte nun entschlossener in den letzten vier Minuten. Dominik Weltwelle mit der Vorarbeit für Dennis Merkens. Zwei zu 1. Die Grünen wollten sich hier für die Finalniederlage im Benze Cup revanchieren. Yannis Wittkohl erhöht auf 3 zu 1. Tündern brach jetzt ein und Basinghausen Spielte sich in einen Rausch. Robin Abram packt noch einen drauf. 4 zu 1. Und es wurde noch deutlicher. Yannis Wittkohl sorgt mit seinem zweiten Treffer für diesen klaren Finalsieg des TSV Basinghausen. 5 zu 1. Basche gewinnt den diesjährigen Volksbank Hoppe Cup. Glückwunsch dazu. Das war's von mir, liebe Zuschauer. Tschüss und bis bald.